Eigentlich habe ich mir die Decke da für mich hingelegt. Man sieht ja, auf jeden Fall habe ich sie benutzt. Nicht der Hund, niemals. Scharf. Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal, wenn man das so sagen kann. Ist ja jetzt doch schon ein bisschen länger her, dass ich ein Lebenszeichen von mir gegeben habe. Aber ich dachte, heute ist der besondere Tag und ich lasse meinen Kanal wiederbeleben. Oder ich belebe meinen Kanal wieder. Ich glaube, so hört sich das besser an. Ich begrüße euch herzlich zurück auf meinem Kanal. Vielleicht kennt ihr mich ja noch. Wenn nicht, dann gehe ich jetzt wieder. Ne, Spaß. Damals habe ich Videos gemacht. Ja gut, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich dieses Video anfangen soll. Es ist auf jeden Fall schon ein bisschen her, dass ich hier auf diesem Kanal aktiv war. Aber ich dachte, heute ist der heilige Tag und ich lasse meinen Kanal wiederbeleben. Genau, und deswegen willkommen zurück auf meinem Kanal. Also viele von euch fragen sich jetzt wahrscheinlich, wo ich überhaupt war. Und ja, ich war auf jeden Fall zu Hause. Also wie das manchmal so ist im Leben, es kommen einfach Dinge und es wird alles sehr viel. Und man schafft nicht mehr, alles gleichzeitig zu bedienen. Und so ungefähr war es bei mir. Ich hatte nämlich erstmal richtig viel damit zu tun, rauszufinden, wo ich studieren will und was ich studieren will. Und diese Frage ist nun geklärt. Aber danach stellte sich die nächste wichtige Frage, wo ich überhaupt wohnen will. Und es ist ja bekanntlich so, dass man irgendwie einen Unterstub braucht, um zu überleben. Und deswegen musste ich auf Wohnungssuche gehen. Und das war auch voll die große Aktion. Und hat mich ziemlich viel Zeit gekostet. Aber wie ihr seht, ich bin nicht obdachlos und habe es geschafft. Und der Umzug ist auch hinter mir schon länger. Und ich habe mein erstes Semester, also mein zweites erstes Semester hinter mir. Wenn ihr dazu genauere Infos wollt, lasst es mich gerne wissen. Dann kann ich euch gerne etwas zu meinem Studium erzählen und was ich jetzt überhaupt mache. Ja, auf jeden Fall habe ich das alles erfolgreich hinter mich gebracht. Und habe jetzt Semesterferien. Und in den Semesterferien hat man ja ein bisschen mehr Zeit. Und deswegen dachte ich, ja, ich habe halt noch einen YouTube-Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mich nicht vergessen habt. Dankeschön. Und freue mich, wenn ihr wieder hier seid. Und Nanook ist auch da. Vielleicht sehen wir ihn. Soll ich ihn mal herholen? Ich glaube schon, oder? Moment. Ganz schön schweres Baby. Also wie ihr sehen könnt, Nanook ist auch noch da. Uns geht es gut. Das ist ja eigentlich schon mal das Wichtigste. So, ähm... Mach mal Sitz. Setz dich mal hin. Sitz. Nanook, Sitz. Mach mal Sitz. Nanook hat noch genau so viel Bock auf Videos drehen wie letztes Jahr. Achso, übrigens, Prost, neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Und Nuki und ich wollen euch auch in diesem Jahr mit qualitativ hochwertigen Videos versorgen. Und da freuen wir uns drauf. Und ich würde sagen, ihr schreibt mir jetzt einfach mal, worauf ihr Bock habt. Wahrscheinlich habt ihr Bock auf dieses Gesicht hier. Und genau. Sagt mir einfach, was ihr für Videobüncher habt. Wie immer. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Schreibt mir auf Instagram, auf Twitter. Ich blende euch jetzt einfach hier die Namen ein, wie immer. Und dann, ähm... Finden wir bestimmt ganz viele spannende Themen, worüber ich reden soll. Was ich euch zeigen soll. Und ich freue mich auf jeden Fall. Und bin total aufgeregt, wieder zurück zu sein. Genau. Also, wie gesagt, schreibt mir, worauf ihr Bock habt. Was ihr für Videobüncher habt. Und dann kriegen wir das alles in den Griff. Macht euch keine Sorgen. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach durch. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit. Und freue mich darauf. Und ich wiederhole mich. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch erzählen soll. Ich bin auf jeden Fall wieder zurück. Yay. Ich wollte auf jeden Fall noch sagen, ich freue mich, wenn ihr euch noch an mich erinnert. An dieses Gesicht. Dankeschön. Eine Sache wollte ich noch sagen. Und zwar will ich so mein Konzept ändern. Ich hatte ja immer Donnerstag als festen Videotag. Und das schaffe ich jetzt nicht mehr. Das kann ich so schon sagen. Das heißt, wenn mal ein Video kommt, wird es eher eine spontane Aktion und nicht so geplant. Ich werde es eher spontan ankündigen, wenn überhaupt. Oder ich werde es einfach hochladen. Und genau, dementsprechend wird das nicht so strukturiert wie vorher. Aber Vollzeitstudium, Nebenjob und so, das lässt sich nicht so leicht vereinbaren. Und ich hoffe, das ist für euch trotzdem in Ordnung. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Die Hauptthemen auf diesem Kanal werden sein mein Husky, Nanook. Dann auf jeden Fall Reisen. So ein bisschen Lifestyle, ein bisschen Make-up. Ein bisschen von allem, schätze ich. Vielleicht auch mal Games. In letzter Zeit habe ich so meine riesige Liebe für Videospiele wieder aufleben lassen. Also wenn ihr darauf Lust habt, schreibt mir das. Schreibt mir einfach alles, was ihr wollt. Und ich freue mich und bin aufgeregt und gespannt. Ich habe euch lieb, fühlt euch gedrückt und bis bald. Tschüss.